Hallo und herzlich Willkommen YouTube bei eurem Pextrader. Heute mal wieder mit einem Tauschvideo. Es sind zwar nur ein paar Kärtchen, nämlich von den Adrenalin XL Champions League Serie 2013-14. Es sind nur ein paar Kärtchen, wie gesagt. Und dann habe ich Tauschvideos zu meinen Match-Tags-Karten hochgeladen. Und deswegen jetzt auch zu den Adrenalinkarten. Ja, und ihr seht ja im Hintergrund schon eine Karte, nämlich Marco von Ginkel von Chelsea. Ich musste mal eben kurz was gucken. Ich habe eben kurz geguckt, welche Tauschvideos ich schon hochgeladen habe. Nämlich von den Englischen, Barclay Spamber League also, und von der Deutschen der Bundesliga. Und jetzt auch zur Champions League Serie von der Panini Champions League Serie 2013-14. Und ja, meine erste Tauschkarte ist hier Impact-Signing von Ginkel. Dann habe ich noch Gareth Bale als Impact-Signing. Auch eine sehr gute Karte eigentlich. Wie gesagt, wer eine Karte haben möchte, oder ein paar, oder sogar alle, schreibt einfach in die Kommentare, ich tausche gegen Match-Tags, gegen Adrenalin und gegen die Englischen. Also einfach ein Angebot machen und ich sage dann entweder Nein oder Ja. Nächste Karte ist Stefan Kiesling, Fans-Farriert. Dann Victor Valdez als Goal-Stopper von FC Barcelona. Denn Kenneth Vermeer von Ajax Amsterdam, auch ein Goal-Stopper. Dann haben wir hier ein Wappen von FC Bayern München. Das habe ich auch doppelt. Also, wer es haben möchte, Kommentare. Und jetzt etwas Kleines, Besonderes. Nämlich Robin von Percy Topmaster. Also, ich kann euch nicht versprechen, wie lange er noch in meinem Besitz ist, weil ich denke mal, den wollen viele haben. Also, schreibt in den Kommentaren, wenn ihr ein paar Karten davon haben wollt. Oder vielleicht sogar alle. Das würde mich sehr freuen, wenn einer alle nimmt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Einzelne Karten verlose ich auch, so wollte ich schon sagen. Verlose nicht. Tausche ich natürlich auch. Die ihr im Hintergrund sehen könnt. Ja. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben, Leute. Sieht man jetzt nicht. Und über ein Abo würde ich natürlich auch tierisch freuen. Ja, denn bis zum nächsten Video, Leute. Haut da rein. Euer Pex Rader. Korrekt. Richtig. Adios. Untertitelung des ZDF, 2020